Was ist in dem Paket? Ein Geschenk. Kann ich es sehen? Danny, du sollst nicht so neugierig sein. Ist schon gut. Hier oben war bestimmt schon lange Zeit niemand mehr. Dieser Ort ist verflucht. Ihr Sohn hat meiner Tochter die Fingernägel ausgerissen. Sie wollen ihn wirklich nicht bestrafen. Hey, du musst was essen. Das geht jetzt schon drei Tage, Kumpel. Ich hab keinen Hunger. Irgendetwas passiert mit Andy. Irgendetwas Schreckliches. Du stehst nicht von diesem Tisch auf, bis du die Pizza gegessen hast. Verstehst du mich? Iss endlich! Wenn du nicht isst, stirbst du irgendwann. Na und? Ich hab nicht mehr Zeit. Es geht ja. Es geht ja. Musik Untertitelung des ZDF, 2020